gar nicht weil ich hab gesagt Pascal hat auf mich geschossen ich hab nicht mal gesagt dass du Traitor bist ich hab nur gesagt dass du auf mich geschossen hast ja jetzt kannst du leise sein ich bin Traitor aber ich bin ja so ach so gut gelangt okay ich bin richtig ich bin richtig jetzt kann es sein ich bin Traitor was hab ich gesagt wir gehen nicht schön auf in der Tür Gibt's ja eigentlich auch vernünftige Waffen das ehrlich ich bin jetzt einmal nett ne Terminus und ja ich steck fest Leute ist der Welt ist das ich vertraue dir du weißt gar nicht wo ich du willst mich doch ganz in die Tänke und war der Oberkommunikation ich bin der Doktor ich bin ich meinst du drückt aber du bringst mich herum Dr. ich bin ich bin ich bin der Doktor ich bin ich bin der Doktor ja aber du bist ja eben weil du die Tänke und du bist krank ich bin der Doktor in der Stadt 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 ich mag das nicht so wir machen jetzt eine spezielle Behandlung Herr Rio Terminus warst du hier schon mal das sieht aus wie ein Gefängnis das ist immer so Kälteschocks Geld das ist es ist ein Gefängnis und das ist neu ich war hier noch nie ja eben wir haben die Welt doch schon mal gespielt ja und ich hab das hier noch nie gesehen und hier fehlt übrigens ein Tischchen hier schwimmen ich bin bei dem Ballentisch 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 ich lege da jetzt eine Granate drauf geh dann nicht hin weil die macht bumm und aua sie ist wie nett ich bin also nicht was anderes okay die macht die macht ja logisch das Feuer ich wollte gucken ob du auf die Wahrheit sagst du es bis wir dreht wenn das nicht aua macht das macht aua du siehst das Brennen wo seid ihr eigentlich im Gefängnis geh nicht über los weil ich jetzt nicht alleine kommst du mit in die Dusche Terminals aber lass bitte nicht sich Seife fallen Lukas hat einfach weniger kam als ich hä ich will die Money kann ich diese Map die ist zu groß ja irgendwie ich kann ja nicht ausziehen das ist irgendwie so ein neuer Punkt ey doch du musst mit der Crowbar dagegen hauen echt 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 hallo ist Lukas tot irgendwann in 100 Jahren die hat nur ziemlich viel Health wir müssen die nur kaputt machen die Bank geht bestimmt nicht warte hast du nen Discombo ich hab such mir nen Discombo ich will die Money haben ich hab nen Discombo ja schieß uns da rein ich glaub ich hab euch gefunden du hast es perfekt ja die Mischerschwecken ausgeflogen nein 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 ich geh in meine Dusche und pinkel mich ein wo ist der Detektiv aber du musst die Seife fallen lassen da ist er da ist er geh weg ich bin aber erinner und ich oh Gott geh weg der Lucky Man ihr wisst wie mich vertrauen was da ist jemand tot geh da nicht rein hallo okay gute Idee okay Philipp hätt ich auch vertrauen können aber der ist hier Lukas ist hier irgendwo Lukas wo ja Lukas das ist als letztes ist der Name der Lucky Man gefallen guck mal guck mal ich spreche aus ich hab ne Shotgun gehört ich hab ne Shotgun gehört das war ich nicht wo bist du Terminus ja hier wo du bist ich will dass du mitkommst ich will dich in die Fall locken und töten komm nein ich will dir zeigen da gibst du Lust ich kann ausbrechen aus dem Gefängnis ich hab ne Gefängnisfrei Karte im Monopoly komm wir spring da skillmäßig durch yeah komm wir spring da ich bin zu dumm du standest mir im Weg du nee nee soll ich jetzt einen Traitor suchen oder wie ist das kommst du mit ich will echt nicht allein ich hab echt irgendwie Trust er wurde grad von irgendjemanden getötet oder er hat sich selbst umgebracht was will er sich selbst umbringen nur mit ner Granate ist die aus Bioshock da ist Rio weißt du wenn wir zwei Innocent sind ist Rio zu 80% BAM ich konnte die ganze Zeit töten kannst du mich verarschen ja ja aber ich werfe ne Incy Wincy auf diesen komischen Elefanten also entweder wenn du innocent bist äh lauf da weg da ist ein Incy Wincy genau unter dir genau unter dir und Lukas grad jemanden getötet hat dann könnts nur noch ihr zwei sein dann tötet euch gegenseitig meinst du mich meinst du mich wer ist tot ja ich hab dich eins zu können oh LOL NEIN LASS NICHT DIGI ausgegeben NEIN HALO 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 cepat UNO ertime äche ich bin das hat er in die Luft geschossen wo ist Terminat ich hatte gerade Angst okay er hatte ich guck mal kurz ob ich das an der Animation wer ist das mit der Shotgun da hinten das ist der Fliege Philipp, geh weg, Philipp, geh weg, wenn du Probleme mit den Namen hast, dann musst du einfach das Spiel nochmal neu starten mach ich gleich das sind halt die Probleme, keine Ahnung äh, ich sehe die ganze Zeit, du machst da, wo ist Terminat wo ist Terminat was? was? loo loo, wie du hörst denn es? das ist irgendwas gib mir deinen Shotgun okay, ja warte jetzt bin ich der Detective warum hast du den Shotgun? ja, du gehst den Shotgun du hast doch schon einen Pumpen, Shotgun loo er war's nicht mal bis ich verarsche ey, gut, nein Lucky Loser, Lucky Loser wer hat den Detektiv gerade geklärt oh, ich lebe noch nein, ich bin Detektiv mit Liv Jilly, Jilly Christoph ich habe auf Christoph geschossen, weil er auf den Detektiv geschossen hat ja, absolut korrekt tue, tönt er ihn Lucky Loser, tönt er ihn lucky Loser der darf leben toll, der Detektiv lebt ja noch ey hilf mir, hilf mir hinter dir nein, nicht ich, wieso immer ich Gott, dammit ich bin Philipp einfach so richtig ausrastet aber trotzdem was gewinnt nein 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 ich glaub schon ich hab noch eine Frage also steht einfach hinten in seiner Schwule Ecke wie immer lass mal runter wenn mir jetzt ein Detektiv für den Weg läuft, ganz ehrlich muss ich mich wieder bei der Anmelden, nein das ist nicht wahr ja, ach, was ich bin hier geh bloß weg ich bin hier ich weiß was die Detektiv machen was machst du da ich bin Detektiv ich bin Detektiv ich kauf mir das Alter, ich schieb sofort auf dich wo findet man hier Waffe was Kall schießt mich ab Kall schießt mich ab ich bin auf dem Tisch ich hab nen Twitter getötet ich bring ihn mit nein, geh weg ich mag dich nicht wie es mich einfach wieder rausdrückt als ob die Tür so stark ist wer ist, wer ist, äh, innocent äh, wer ist, äh, die Detektiv ui genau so sieht's aus Hilfe, nein, weil wir brennen auch Bist du tot, Dammit? Ja, ich bin tot, lass mich in Ruhe es ist ein, es ist ein Traitor, du Idiot lol ich bin der beste Detektiv der Welt danke ich will ihn vom Schiff werfen du lebst ja noch ja logisch, ich bin der beste Detektiv der Welt oh, das geht nicht lass mich mal zu dir rein, ich hab's überlebt nein Detektiv, ich hab nen Traitor getötet mir kannst du vertrauen ich bin deine Garde, okay ich mach das wenn alles, was hier reinkommt, baller ich ab, okay Terminus ja pass auf dich auf jetzt, okay sehr gut Mama, bitte die Türen vor mir auf nein du achtest auf die linke und ich auf die rechte, okay ich tanze hier, also ich mein Clubhaus oh, da ist er da ist er ja, hier ist ein Twitter hier ist ein Twitter gib her, gib dich tanze da hier, bei mir ja wenn er keine Punkte hat, bring ich euch alle um hallo, hallo, das darf nur ich hallo, das darf nur ich hallo, das darf nur ich das darf nur ich ich bin der Wächter von Terminus lass uns alle in Ruhe nice, er hatte sogar noch Punkte habt ihr alle rein gesehen? habt ihr alle in die Leiche geguckt? ja, haben wir nur ich nur ich wer ist alles hier? ich hab rein lucky loser, lucky bands und Rio dann ist es, Philipp ist es weil in der Leiche waren noch Punkte da ist jemand ah ja, gut hatte ich recht? danke Termin, dass du mich angeschossen hast ich hab nur noch sieben Leben ich hab gar nichts gemacht ja, ok, komm rein doch, vorhin hast du mich angeschossen ja, komm rein du darfst rein und heil dich Leute, wer war's nicht? wer war's nicht? hä? ist es Ryu? Pascal ist es nein, Ryu hab ich dran umgebracht weil ich dachte ja, aber ich find mich doch nicht zurecht in diesem Shop muss ich da vielleicht hin wenn du's bist, bin ich übrigens traurig, ok? ich weiß nicht wirklich nicht ich hätt dich schon so lang getötet dich hab ich gesehen Leute, hast du ges... Hilfe, hilf, 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 lass mich rein, lass mich rein! das ist nicht wahr, dann stehst du in der Tür und wo tust du das Mädchen? komm her ich bin nicht totgeschossen ja, bleib stehen, da unten du, Terminacist nein, nein ich wollte doch nur auf deinen Kopf ach so, ok, komm her du darfst mich nicht töten, ja? du darfst mich nicht töten, ja? ja, du darfst mich auch nicht töten ich bin grad in die Zwischendings gefahren nein, du bist in der Zwischenwelt bist noch da? ja, ich bin noch da, ich warte wir müssen da zusammenlaufen ja, bittest du mich okay, äh, auf 3 in Richtung Loch 1, 2, 3 wenn man da hast du gut gemacht das hast du gut gemacht das musst du schnell ich weiß es nicht, wo ich aus wir sind die Trater ich geh auch rein nein, ich bin wirklich keiner objekt du musst einen Ducksprung machen, warte wenn du noch keinen hast ja, du musst hier an der Seite du hast ja schon eine Diegel ähm ich bin auf dir ok du musst runterzählen ja, ja, aber ich kann nur langsam laufen du hast schnell Leute, da ist grad einer runtergefallen ich hab einen einzigen Schaden bekommen ich hab einen einzigen Schaden bekommen ja, ey, wenn du gestunt bist, kriegst keinen Fallschaden echt? ja, also hast du ja grad gesehen du bist ja grad runtergesämmelt warum bist du hurt, Philipp? ich war irgendwie auf seinem Kopf und dann hab ich Schaden bekommen ich hab nicht auf ihn geschossen, wohlgemerkt ja, ich hab durch irgendwas Schaden bekommen er ist tot was wirst du da? ey, hier ist jemand tot er wollte uns umbringen was hast du da gemacht, Skullmeister? ähm er wollte uns verbrennen er hat Pascal getötet nein, ich muss doch und ich weiß nicht wo ist denn unser Ernst? hallo, Rio? scheiße, Ernst nein, guck mal, er zappelt wo? ja, hier rausschlagen mit der Crowbar na, er steht schon wieder auf jetzt will ich ihn nicht mehr schlagen das ist ich hab, ich war nett ich hab dich nicht gehauen als du gezappelt hast wie mir hinterher acht Schüsse wer möchte? warte, ich hab nur noch eines zu tun ich vertraue dir jetzt ich bin ganz kurz auf, kann ich wundern 11 erst mal 11 Kegel lauf ey, ich wirf jetzt ne Inzi Winzi auf dieses Käse Ding weil ich geschmolzen Käse will okay, danke lauf, komm runter, komm runter ein wer ist runtergekommen wir können den Traitor suchen mach ihn kaputt das ist der Traitor oder? Lukeman, bist du Traitor? da bist du Traitor bei den Traitor hast du den Traitor gefunden? wie hätt ich denn jemanden abschießen sollen der Blutten Luka schießt auf mich Nein, das sind zu viele! Wieso kommt dann der Graz der andere hier? Wenn mich jemand abschießt, dann ist mein kompletter Bildschirm rot, weil ich die Grafik der Hölle habe Bitte heiliger Random Philipp, Hilfe beim Nähter Ich seh dann einfach nichts mehr Danke Hey, komm bitte Einmal! 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 Einmal noch! Bitte um Gottes Willen! Bitte, bitte, bitte! Bitte! Komm bitte! Nein! Ja! Ja! Aber ich hab erst mal schön